Ein herzliches Low von der Happy Road. Von Cappadokien aus fahren wir ganz Richtung Osten, wo wir nicht nur den Berg Nemrut, den Nemrut Krater, sondern den Ararat, den höchsten Berg der Türkei sehen wollen. Kommt mit, dieses Mal wird es besonders eindrucksvoll. Unser erster Stopp Richtung Osten ist der über 2000 Meter hohe Berg Nemrut, eine Mischung aus Heiligtum und Grabstätte und sehr, sehr bekannt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im äußersten Osten, an der Grenze zu Aserbaidschan, Armenien und dem Iran liegt eins unserer Highlights, der über 5000 Meter hohe Hararat, der höchste Berg der Türkei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020